willkommen zurück zu township weiter geht's wie ihr seht ich bin ja 47 geworden also level habe ein neues gemeinschaftsgebäude bekommen natürlich auch wieder ja und zwar das wasser kraftwerk hat auch schon fertig wie ihr seht läuft wieder 240 einwohner kann ich mehr mehr bekommen aber ein bisschen teuer gewesen aber hat alles gepasst wunderbar ich habe auch schon zwei neue häuser sind schon hier bauen noch 19 stunden ein tag noch dollar so alles ein bisschen und hier ich will ein stückchen landfragen war hier hinten über land frei zu machen stück für stück natürlich alles ein bisschen mit immer teuren schaufeln okay aber drei sägen vier äxte dauert alles deswegen aber nur noch 150.000 im moment da kommt alles wieder rein läuft alles kein thema den helfen da kriegt er sein holz die haushaltswarenfabrik haben wir schon gesehen gehabt letztes mal ließ mich hier oben die ist erneut im update dazu gekommen meine rolle ich glaube ich glaube ich glaube ich brauche noch einer irgendwas weiter genau egal papier bräuch noch ohne ende ja weiter wie auch noch mehr ach mir dran machen ja hier holz möbelfabrik und die auch der neue neu gekommen sofort gekauft tisch noch drei holz dort vier stunden stuhl ein plastik drei stunden die kommt erst ab 48 dort noch ein bisschen da braucht man auf alle fälle weißen ballen stoff hier stoff bei diesen hier baum oder gewebe braucht man auf alle fälle es war weiß ich noch was weiß ich noch ja so ein bisschen habe ich noch behalten sonst ist nichts mehr wieder alles hier was ich machen kann bergwerk bin ich jetzt in bei tiefe 3553 wieder ein bisschen gemacht da war ich musste spitzhacken für ballern genau die habe ich auch gemacht einige gehabt ich habe ein bisschen tiefer aber schon ein bisschen gewachsener hubschrauber wieder ein paar gemacht züge sowieso ist klar und es hat alles natürlich die schiffe produzierte waren alles so was man also kennt hat eine andere spiele golfen und kurven lang geteilt alles hier immer weiter immer weiter keine erfolge kein neun ich weiß ich jetzt wüsste aber egal ich habe jetzt mittlerweile also heute nicht gemacht in der haushaltwahlfabrik nicht gemacht möbelfabrik noch nicht nichts gemacht sondern nicht so wichtig sag ich mal das dauert noch ich habe es hier in dritten zu kriegen auch schon aufziehen die zweite ich noch aber euch noch ein bisschen bronze für 16 bronze gold silber habe ich auch schon sechs platine ich gebe es immer auf war wahrscheinlich nach und sowieso die 123 war insel mein sowieso kein ganz zum schritt irgendwann später mal die chance dass er mehr die frucht bekommt und so was sie wirklich wichtig wichtig dass man es mir noch ich mache noch für die zweite zuglinie da war ich erst mal die fabrik ein bisschen höher so ein bisschen immer 122 alle ein bisschen höher 7 fast food 5 5 6 6 auch schon auf 7 5 er möchte ja nach erst mal erst mal jetzt noch die den zug bräuch bronze für große bronze natürlich nicht neuen bronze maximal neu wird wenn wir acht machen weil ich nicht mal eine hantel machen muss dann brauche ich auch noch die zwei gold machen da habe ich ein bisschen verknüpfer bronze erz hantel war also merken könnte da ist nur eis genau kunststoff hier war genau da haben mich zwei punkte erze keine waren erz deswegen mal ein paar aufheben weil es mir eine hantel machen muss aber ich muss einem handel machen 25 und ziemlich oft die gummi rollen wäre oft plässig war ich auch mal wieder alles rein zack aber wir haben gummi gemacht deswegen bräuchte er hatte wir auch einmal gefragt gehabt wegen schipps jetzt haben wir ein paar ums im vorrat und es ist eigentlich alles beim alten so weit nichts neues museum das museum ach ja genau hier römische krieger ein erster legionär ich bekommen da war glaube ich nicht glas waren die erste puppe habe ich auch schon sonst unten mal nix mehr oben muss noch was sein schlüsse die maske eine maske wir noch bekommen genau hier die dritte der mausmaske aber hier fehlen wir zwei 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 der eine der eine wäre das auch komplett durch aber sonst ich habe das alles durch weil drei sind noch gar nichts wenn das kommt keine ahnung wahrscheinlich viel später weiß ich nicht keine ahnung wenn wir sehen sonst so hat sich glaube ich nichts entscheidendes verändert ach ja genau dafür war ich die hand genau da wird die hand gemacht hier hat auch hier genau hier nachschluss einer käse ok aber damit weiß ich gar nicht nein einem ein mensch eine mensch zu wenig das heißt wieder kohlfutter machen machen noch mal eben hier einsammeln ich brauche auch mehr weizen braucht man auch immer sehr sehr oft weizen sehr sehr oft was geht noch geht noch etwas bei mir noch zum markt habe ich auch das gemacht holz mich gerade weike dafür sowieso hier vielleicht ein bisschen weil ja auch selten aber dort zehn stunden dann machen wir mal eine reihe das ist ein bisschen vorrat haben wenn man ein anderer braucht die in korken und kann das haben ganz einfach so er hier wie viel ich kann dazu das kann ich gar nicht 98 90 er der tofu jetzt schon zuerst für 90 sich in polix mehr scheinbar scheinbar gerade mal 47 kann mal etwas mehr als die hälfte man dort eine ewigkeit bei tofu sind ach man 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 holz dort noch wie lange 800 minuten sehr schön sehr schön ich auch ab und zu mal hier beim markt vorbei was das günstig ist was natürlich hier nicht zehn spitzsacken für zehn kronen krischen ist blödsinn ok das dauert sehr lange gehen wir auf alle fälle lässt sich erstmal und es ist mein lager immer so voll plästchen aus allen nähten marmelade ich glaube es wird erst mal voll wir manchmal mindestens auf drei ein kleines vorrat zu haben genau welchen überflüssige nämlich wieder verkaufen wir hier vier sich verkaufen machen auch wenn man ein bisschen gelte finden damit wir trauben kokosnüsse braucht hälfte verkaufen gar kein thema ja das man macht den rest ja wie gesagt ansonsten ist nichts neues nie weil sie nicht was sie jetzt wüsste achten ja papier erste vier papier ist genau total vergessen wir brauchen genau total vergessen weizen ist fertig wunderbar machen wir da auch noch eben meistens ja sonst hat sich 8 deko habe ich mal mal im moment gar nicht geholt gar nichts wie gesagt freundlich hier oben land nach und nach weg machen dass wir die häuser ein bisschen auseinander reißen können ein bisschen platz zwischen machen können sowas wie gesagt hier mache ich zwei neue häuser am seine straßen nach die ändern irgendwie ja machen machen wir machen gut mich jetzt machen weil ich hier zwischen platz zwischen beiden häusern hier machen sie ein bisschen groß und dann wissen eigentlich nur haben sie weiter oben in die auseinanderreißen irgendwie sowas man kann die leider auch nicht drehen kann die häuser glaube ich nicht drehen müssen schade während die schön das geben würde kann man sich hier rinnen an ihn an was manchen lassen das ach so ein ort schlitten aber ein anders sehr gut hat doch kann man doch doch sehr schön ja werde ich wohl irgendwie machen ich weiß nicht wie genau kann aber irgendwie wäre es nun wo dann machen ein paar sachen hier drehen das kann zum beispiel dann auch gedreht werden dann nochmal und vielleicht hier hinter ist er vielleicht da straße weiter zieht mich nicht alles so schlauch mäßig machen um ein paar kreuzungen zwischen machen wenn nicht schlecht so vielleicht und dann mal gucken eigentlich muss ich mal sehen ein bisschen deko zwischendurch mal wieder ein bisschen mal was machen der kann dahin so ein bisschen auseinanderreißen hier so zwischendurch straßen machen oder so mal sehen mal sehen über das nächste woche dann sehen wenn die nächste woche nächste folge kommt wie gesagt das kostet alles hier sind drei segner 36 tonkel ist es sehr viel sehr sehr viel ja wir haben 5.335 einwohner moment gucken wir mal heute sind wir wieder bei 5.475 wahrscheinlich also eine kleine grenze aber egal da bin ich erst wieder bei 19 dauert noch ein bisschen bis ich da wieder was machen kann das dauert alles natürlich ja ansonsten würde ich sagen das war es für heute sehen uns nächste woche zu nächsten folge von tomtonship bis dahin schön mitte